Was ist das für Sie? Auch hier eine Reiche des Schnees, dass das Pferd von Anfang an ist, zu motivieren, dass das Pferd sich auch gut ausbalanciert, diese hohe Nase sorgt auch dafür, dass das Pferd sich leichter taxieren und über dem Strom auch das Kühle entwickeln kann. Sehr couragiert am Tiefstrom, mit der entsprechenden Feuerwerkstendenz und sofort wieder weiterreiten, dann kommt sie nun zum Bienenhaus. Sehr mutig, vielleicht ein bisschen großzügig im Absprung, aber auch ohne jegliche Gefahr. Genau.